Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um den Sommer und zwar habe ich eine kleine Kooperation mit der lieben Sprinklers of Sam. Und zwar habe ich mir gedacht, möchte ich mit ihr eine kleine Sommerreihe starten, beziehungsweise jeder lädt ein Video hoch und wir möchten euch unsere Must-Haves für den Sommer zeigen. Und ich bin super begeistert, dass sie mit mir dieses Video macht. Ich freue mich auch schon, was sie für ein Video hochlädt. Das werde ich mir jetzt im Anschluss direkt anschauen und ihr könnt auch gerne bei ihr vorbeischauen. Dann würde ich und sie sich sehr darüber freuen. Lasst sie gerne, liebe Grüße von mir da und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ihr Video findet ihr natürlich in der Infobox und jetzt starte ich mit meinen Top 5 Favoriten für den Sommer. Als erstes möchte ich euch eine Sonnencreme zeigen und zwar ist die von DM die Sundance Transparentes Sonnenspray in der Höhe 50. Und ich habe mir immer eine 30er Creme geholt und die hat bei mir nichts gebracht. Ich war immer verbrannt, hatte übelsten Sonnenbrand. Und dann bin ich auf diese Sonnencreme hier gestoßen und was ich halt sehr, sehr gut finde ist, dass sie einen Sprühknopf hat und transparent ist und ein Spray ist, was man einfach richtig easy auftragen kann. Und deswegen ist das hier auf jeden Fall ein Top-Produkt, weil es einfach sehr, sehr gut hilft. Und deswegen muss ich das im Sommer auf jeden Fall immer haben. Es ist einfach ein Top-Produkt. Dann nach dem Sonnen ist ein After Spray da. Und das hier ist von Sun Ocean, das ist von der Rossmann Eigenmarke, ein Après Body Spray. Erfrischt und pflegt mit Kokosduft ist dieses jetzt hier mit Kokoswasser, Aloe Vera und das ist nicht fettend. Auch hier finde ich es richtig gut, dass es ein Pump Spray hat, also ein Pump... Ihr wisst schon, ein Pump Spray, ne? Und ja, das trage ich mir dann immer danach auf. Es riecht gut, es erfrischt und hilft auch sehr, sehr gut, dass es einfach abkühlt. Und deswegen möchte ich euch dieses Produkt auch sehr ans Herz legen. Als nächstes, nach dem Sonnen kommt die Dusche. Und da habe ich von Balea die After Sun Dusche für ein sommerliches Hautgefühl. Und die kennen bestimmt auch schon sehr, sehr viele von euch. Das war ja mal so eine richtig gehypte Dusche von Balea. Und zwar riecht sie einfach... Sie riecht einfach total nach Sommer. Es macht Sommerlaune und man riecht danach richtig gut. Und sie reinigt sanft, befreit von Sonnencreme-Rückständen, entfernt Rückstände von Klo und Salzwasser, schützt vom Austrocknen und ist ein Cooling-Effekt dabei. Und ich liebe diese Dusche einfach und deswegen musste sie auch immer wieder mit. Gerade für den Sommer. Es macht Sommerlaune und deswegen zeige ich sie euch auch in diesem Video, weil es auch ein richtig gutes, großes Must-Have von mir ist und muss ich auch immer da haben. Kommen wir auch schon zum vierten Produkt. Und wenn man in der Sonne liegt, dürfte eine Pflege für die Lippen auch nicht fehlen. Das hier ist jetzt von Isana, der Rossmann-Eigenmarke, ein Lippenpflegestift für die Sonne. Also das heißt Sun und ist mit mittlerem Schutz. Und ja, das ist jetzt die Stärke. 20 Mittel, also nicht sehr hoch, aber besser 20 als gar nichts für die Lippen, denn die Lippen verbrennen auch sehr, sehr schnell. Und das habe ich auch schon sehr oft gemerkt, dass meine Lippen anfangen zu brennen und einen Sonnenbrand bekommen haben. Und deswegen habe ich mir jetzt vor kurzem diesen hier gekauft und mag ihn sehr, sehr gerne. Er hilft auch und macht auf jeden Fall sehr weiche Lippen. Und dann kommen wir auch schon zu meinem fünften Top-Produkt. Und zwar ist das von Balea das Wasserspray. Das Aqua Pure Erfrische für Körper und Gesicht. Das kennen jetzt auch wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch. DM hat auch zwei neue Sorten rausgebracht. Und ich habe jetzt hier halt das normale Wasserspray. Würde mir aber auch gerne die anderen beiden mit Duft mal anschauen. Und ich mag dieses Produkt auch wirklich sehr, sehr gerne. Gerade wenn es so heiß ist und man es unerträglich findet, kann man dieses Produkt einfach in den Kühlschrank stellen, um es noch ein bisschen kühler wirken zu lassen und einfach aufsprühen. Und man fühlt sich einfach wieder viel, viel frischer und die Sonne knallt nicht direkt so auf den Körper. Und man hat halt einen kleinen frischen Kick. Und deswegen ist das auch ein allerliebstes Produkt aus meiner Top-5-Reihe. Und deswegen dürfte es in diesem Video auch nicht fehlen. Ja, meine Lieben, das waren meine Top-5-Produkte. Es ist eher so Sonnencreme, Sonnenschutz-lastig. Aber es ist halt auch sehr, sehr wichtig im Sommer, damit man keinen starken Sonnenbrand bekommt. Und deswegen habe ich euch diese Produkte in diesem Video gezeigt. Und ich hoffe, euch hat das Video sehr gefallen. Besorgt euch auf jeden Fall für den nächsten Sommerurlaub. Sommerurlaub, Sonnencreme, Sonnenschutz, was auch immer, damit ihr den Sommerurlaub gut übersteht. Und jetzt schaut gerne in die Infobox. Dort verlinke ich euch das Video von der lieben Sam. Ich bin sehr gespannt, was sie euch zeigt. Und lasst ihr liebe Grüße da. Und wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir doch gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Über eine positive Bewertung und ein kostenloses Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!